Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Gegenstandshop oder in diesem Video zeige ich euch den Gegenstandshop, den wir heute neu in Fortnite bekommen haben und ich bin schon mega gespannt, ich habe noch nicht reingeschaut und das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam. Wenn ihr mich dennoch supporten wollt, bevor das eigentliche Video überhaupt anfängt, dann lasst doch gerne mal ein Like, da lasst ihr auch ein Abo, da lasst die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 plus schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei, ist auch ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Wir gucken uns mal direkt den eigentlichen Itemshop an und gucken, was wir so Neues in dem Shop bekommen haben und zwar immer mit der Ruhe und das passt eigentlich ganz gut, denn wir lassen uns wirklich Zeit. 200 V-Bucks für dieses Emote ist auf jeden Fall sehr gut, ich finde es okay, ich finde es cool. Dann Hüftpfeffer, ne Hüftpfeffer für 500 V-Bucks ist ein Fortbewegungsmittel oder ein Fortbewegungs-Emote, finde ich sehr cool, er sieht ja sehr, sehr glücklich aus, kann man auf jeden Fall machen für 500 V-Bucks. Dann haben wir nochmal geschmeidige Moves für 800 V-Bucks und die Moves hat er hier definitiv drauf. Also die sind definitiv on point und ja, ist Geschmackssache, kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ich bin persönlich keiner, der wirklich Emote oder so häufig benutzt, deswegen kommt das für mich vielleicht nicht in Frage. Dann haben wir nochmal Zaubermacht mit einem weiteren Stil und zwar einmal Standard und einmal Feuer. Finde ich sehr cool, dass sie das gemacht haben tatsächlich. 800 V-Bucks für diese Spitzhacke ist dann völlig in Ordnung und kann man definitiv auch machen. Dann haben wir nochmal Beast Pilot oder Beast Pilot für 800 V-Bucks aus dem Beast Team Set. Season X wurde das Ding eingeführt und finde ich auch sehr schlicht und sehr nice, also tatsächlich in Schwarz gehalten, kann man auf jeden Fall, also sieht fresh aus. Kann man sagen, was man will, 800 V-Bucks lohnen sich hier definitiv. Wenn ihr noch V-Bucks braucht, dann unten in der Videobeschreibung habe ich die Xbox und PSN Karten verlinkt. Könnt ihr bis zu 5 Euro sparen und mich tatsächlich sogar noch damit unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Dann haben wir nochmal den Überholer mit zwei Stilen, einmal mit und einmal ohne Helm. Finde ich auch sehr nice. 1500 V-Bucks ist dann doch ein bisschen viel, muss man sagen. Man kriegt zwar noch einen Spurspalte als Rückenaccessoire, aber 1500 V-Bucks ist trotzdem eine Ansage. Da würde ich mir doch lieber den Beast Piloten holen. Dann haben wir einer der wenigen legendären Hängegleiter in Fortnite für 1500 V-Bucks, die Frostschwinge, in der Season 5 eingeführt. Ich erinnere mich noch ganz genau da dran, mit dem Wikingerdorf und so. Ach, das waren gute Zeiten. Frostschwingen, dazu natürlich nochmal Valkyre für 2000 V-Bucks, mit den Valkyrenschwingen als Rückenaccessoire. Er ist, wie gesagt, auch aus dem Wikingerdorf, das wissen wir ja. Und ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Dann haben wir den Patronengurt-Skin, das ist auf jeden Fall einer der legendären Skins und die feiere ich definitiv aus der Season 4 für 1500 V-Bucks. Hier Patronengurt und dann nochmal in Grün hier ange... Grün würde ich das Ganze jetzt zwar nicht nennen, es ist eher gelb, aber es ist in Ordnung. 1500 V-Bucks, eine Kaufempfehlung geht hier auf jeden Fall raus. Muni-Tasche nochmal als Rückenaccessoire, dann nochmal die Machete für 500 V-Bucks als Erntewerkzeug und den Chopper für 1200 V-Bucks. Der Chopper ist auch Next Level. Dann haben wir nochmal digitales Grau für 300 V-Bucks als Lackierung und die Patronella für 1200 V-Bucks, ebenfalls in der grünen Variante. Ja, dann haben wir nochmal hier schwarzer Schleim. Und das Ganze sieht ja wirklich sehr, sehr interessant aus. Ich finde die Lackierung sehr heftig für 500 V-Bucks und ist aus dem letzten Abrechnungsset. Dann haben wir hier nochmal die Chaos-Sense für 800 V-Bucks, also aus der letzten Season. Und die Sense sieht auch schon wirklich, wirklich geil aus. Und der Agent des Chaos ist natürlich der Skin, den wir dann im Shop haben für 1500 V-Bucks. Natürlich nochmal mit der Modderkammer als Rückenaccessoire, aber wir kriegen hier natürlich noch zwei Stile, einmal Standard und einmal Modder. Ihr seht es ja hier im Gesicht, einmal mit und ohne Helm, also sehr, sehr cool. Das ist der Gegenstandshop von heute, Leute. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, dann lasst ihr auch ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code metta-8 im Gegenstandshop eingeben, um mich kostenlos zu unterstützen. Dann bedanke ich mich für jeden einzelnen Supporter, Leute. Vergesst nicht, meinen Creator-Code metta-8 einzugeben. Und folgt mir auf Twitch, ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Metta-Loco heiße ich dort und ich streame da in der Woche fast täglich. Also schaut da definitiv rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.